Herzlich Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Angvil Gaming und ich werde euch in Zukunft zeigen, wie ihr schwierige Bosse in Soulslike Spielen am einfachsten besiegen könnt. Um das zu machen werde ich mit meinen, naja, super starken Level 1 Charakter jeden Boss genauestens analysieren und versuchen einen Weg zu finden alle Bosse zu besiegen ohne Schaden zu erleiden. Das heißt natürlich ich werde sterben, sterben, sehr oft sterben, aber wenn ich es geschafft habe auch mal nicht zu sterben, nach den 100 Toden, dann kann ich euch einen perfekten Guide zu den Bossen geben und euch sagen, wie ihr zum Beispiel ausweichen müsst, damit ihr nicht getroffen werdet oder wann ihr im besten Fall angreifen solltet. Aber eines sollte euch klar sein, ich werde euch nicht den schnellsten Weg zeigen einen Boss zu besiegen, sondern den einfachsten und ich werde nicht auf Tricks zurückgreifen, ich werde nicht irgendwelche Glitches verwenden, ich werde ganz normal gegen diesen Boss kämpfen. Wie schon gesagt, mein Charakter wird auf Level 1 bleiben und auch meine Waffe werde ich nicht aufwerten. Was ich jedoch an Ausrüstung trage, werde ich selbst entscheiden und in den Guides auch benennen. Was erwartet euch? Ihr werdet im Wechsel ein Video bekommen, in dem genau beschrieben wird, wie man den Boss besiegt. Dazu werde ich euch zeigen, was für Attacken kann der Boss und was müsst ihr tun bei diesen Attacken. Und danach wird ein Video mit dem kompletten Kampf gegen diesen Boss kommen und hoffentlich werde ich da ohne Schaden diesen Boss besiegen. Ich kann nicht versprechen, dass ich jeden Boss ohne Schaden besiegen werde. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, ist das erste Spiel Elden Ring, doch es werden noch ganz 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 viele andere Spiele dazukommen. Also seid gerne dabei und unterstützt mich auf meiner Reise der Boss Guides. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.